Jeder hat Geheimnisse, wenn nicht seine eigenen, dann die von jemand anderem. Was bist du? Wie bist du so geworden? Wirst du mich umbringen? Das fragen sich die Leute? Es kommt vor. Zu wissen, was sie mit dir gemacht haben, hilft dir vielleicht. Als wenn es schlimmer wird, wenn ich mich dem stelle. Ich habe schon jemanden umgebracht. Wenn du sagst, aus großer Kraft folgt große Verantwortung, kotze ich dich voll, ich schwör's.